Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge PC-Building-Simulator. Wir beginnen einen neuen Tag und ich merke gerade, ich habe was vergessen gestern Abend. Ich hätte vielleicht auch bestellen sollen. Das war dumm. Egal. Der will 16 GB RAM. Hat 8 GB. Okay. Das ist ein 4er, 4er, 8er. Bar 266er. Ja. Dann einmal den. Nehmen wir an. Upgrade. Ein bisschen öde aus, vielleicht wird er ein paar Kunststoff. Scheiße, der ist. Öde Kabel auf 16 GB. Der hat 8 GB 2400er. Grau, ne? Na, Silber. 2400er Silber. Sind ich doch jetzt? Ebenfalls annehmen. Hilfe PC-Uslung. Viren beseitigen. Okay. Die wollen jetzt alle Kabel, ne? Gut. Jetzt sollte ich aber bestellen. Ich weiß, es sind halt 100, ne? Wir machen eigentlich genügend Umsatz. Ja komm, wer damit. Das sind schon unsere ganzen Sachen. So. Staubreinigung. Der muss auch heute fertig sein. Gut, dass wir den Tag nicht übersprungen haben. Der wollte glaube ich auch weiße Kabel, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist schön. Du brauchst da einen Schraube. So, glaube ich. Der mit den weißen Kabeln, ne? Finanzstark. Ah, Finanzstark, Finanzstark. Da. Ja, weiße Kabel. Ja. So, als allererstes machen wir den mal sauber. Staubreinig. Ist doch die erste mit einer vertikalen Grafikkarte. Alles sauber, alles sauber, alles sauber, alles sauber, alles sauber, alles sauber. Alles sauber. Wunderschön. So. Hier gehen ein paar weiße Kabel. Das heißt, wir entfernen uns eine SSD-Kabel. Und, ja, ich hält drauf. Weiß. So. Das sind doch keine weißen Kabel. Weiß. Wie? Doch. Äh. Ne, nein, das passt. So. Ja, ja. Und dann. Sollte auch laufen. Hm. Sollte auch. Oh. Das klingt Kabel fordert mich jetzt. Die sah nicht weiß aus. So. Der nächste. Der möchte die anderthalb Terabyte. Und dann mach mich hinten auf. So. Dann mach mich hinten auf. So. Einschließen. Einschalten. Ich geh los. Die Seitenhörn wieder. So. Der ist fertig. Wunderschön. So. Der wollte ein Upgrade. Das war egal. Ah. Na okay. Da brauch ich erstmal nur das B-Stick. Der braucht nämlich über Lit Run. Und der wollte, glaub ich, auch Kabel, ne? Nein. Gut. So. Willit Run installieren. Dum 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 dum. Ach, da oben sind unsere Sterne. Hast zwei Sterne. Yay. Danke Tim. dear. Das ist richtig. Schön. Ich bin sehr einfach. Ich hab das. Endes in Verhandlung hier. Ich hab das auch. Ja. Ich hab das. Ach, ich hab das. Ich hab das auch. der war dann mit 4 gigabyte 1050 ti reicht aus hat man es vielleicht vorher kurz angucken sollen 50 ti reicht aus morgen da ist so neue teile gut zurück zur arbeit das ist die grafikkarte Das haben wir schon alles da. Dann brauchen wir nur noch die Neue. Die ist raus. Einmal Seitenwand. Wunderschön, ist der auffällig. Dann können wir den einmal abkassieren. Nein, da fehlt er raus. Was habe ich vergessen? Die PCI-Verriegelung. Hier, jetzt ist er vollständig. Wunderschön. Oh je, neue Teile. Abgehörige Frage, CB-Wurfristen. CB-Wurfristen. Der hat einen Ryzen 5 1400. Aber es hat ein süßes Wasser. Gut dann. 1400. Das sind vier Körner. Ich glaube schon besser. Hm. Hm. Wie geht es besser? Äh. Ja gut. Dann haben wir es wieder zusammen. Ich glaube ich glaube ich habe ein Level 18. Das ist die. Auf 16 Gigabyte will der. Der hat 8 Gigabyte für das 400 Euro. CB-Wurfristen. 6600K. 6600K. Ja gut. Dann soll halt schon easy geworden, ne? So. Annehmen. Bestimmt wissen die. Okay. Ach das ist der bitte. Viren hat er jetzt. Motorsystem rein. Machen wir. So. So. Auf den müssen wir es warten. So. Bestimmt was für Teile. Und scan. 30 Gigabyte. Okay. Machen wir es mal an. Jetzt nehmen wir es hier. Und wir werden es reinigen. Okay. Das ist die erste der Sachen auf dem Testop hatten. Ich weiß es euch auch noch ein USB-Stick anschließen. mit dem Shopping zu denken. Ich finde es nur den Shopping zu denken. Äh. Ja. Es ist eine Leidingbeinung, aber kurz. Sobel 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 So und den Bild laufen lassen, jetzt nehme ich wieder zu 236 Erledigt So Dann haben wir den mit 16 GB Nein ich mach dem jetzt keine Kabel rein Der hat 60 GB Gelder So 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 Auch 60 GB ohne Startweinigung. Machen. Sauerbar. Sauerbar. Lüfter schon sauer. Hier oben. Hier hinten. Wunderschön. Läuft. Seitenwand drauf. Und ins Regal damit. Kassieren. Fünf Sterne. Kassieren. Vier. Kassieren. Vier. Vier. Kassieren. Unterwegs. 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 Können wir noch nicht? Nein. Wir haben keinen. Rolle Stimme 3. Haben wir. Fehlt noch was. Ok. Den lassen wir mal noch. Gut. Damit wären wir den Tag und die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.